Das ist Bimo Banjo. Er will der beste Timo-Spieler auf dem ganzen Planeten werden. Ob er der Solo-Q gewachsen ist, werdet dieser Series erfahren. Seht nun Timo Road to Glory. Heute Road to Platin. Bevor das Video aber beginnt, habe ich Neuigkeiten für euch. Ich habe jetzt meinen eigenen Discord Community Server. Ihr könnt ganz einfach mit dem Link in der Videobeschreibung beitreten und euch in den ersten 48 Stunden einen kleinen Bonus sichern. Aber jetzt viel Spaß mit Timo Road to Glory. Weil normales League of Legends langweilig ist, dachte ich mir, ich koche mal ein absolut komisches Bild zusammen. Und dann bin ich auf das hier gekommen. Moneymaker Timo. Wie ich damit abgeschnitten habe, das seht ihr jetzt. Okay, Money. Ah, Cannon. Money, 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 Money. Okay, dann nehmen wir die Force-Potion. nehmen wir Oh, no. Okay. Oh. Lol. Das ist crazy gewesen. Alter. Ey. Oh, mein Gott, Alter. Oh, nein. Sehst du, Loser. Move schneller. Deine Arsch. Keine Ahnung. Das war es mit dem Tower. Auf jeden Fall. Ja, dachtest du dir? Dachtest du dir? Ich habe es schon wieder kennen gewiss. Oh, mein Gott. Hell no. Money. Alter. Was ist hier los? Das ist ein crazy Teamkampf, man. Well played, that's team. Full of smurf. We are three smurfs. Wait, you suck. Irgendwo wieder first strike gepropped. Äh. Äh. Big, big. Digga, das war crazy engaged. Holy shit. Six. Oh, Six Bomber. Ich meine, er hat keine Ult. Er hat jetzt erst ab, aber trotzdem. Mein first strike ist irgendwo gepropped. Was macht er denn hier? Wie viel kenne ich dieses Game schon gemisst habe? Das ist unfassbar. Fast zur Hölle. Hölle. So gut die erste Runde Moneymaker Timo lief, so schlecht liefen die Nächsten. Oh, wow. Joooong, eeeh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich verliere so viel. Ja, das war's. Oh, lol. Wir haben einfach surrendered. Ah, FK-Warning. Mann, was hab ich getan? Wieso war ich da auf K? Boah. Boah. mit Denkt ihr Moneymaker Timo war ne gute Idee? Ja, komm, ein letztes Game geht noch Wieso, je, passiert das jedes Mal? Ah, mein Gott, ey Oh, Bro Nein Was war das denn? Big Oho, mein Gott, Kha'Zix Naja, ich werd mal wieder gecarried, du hast mir recht Wurft, Leblanc, oder? Wurft Alle die scheiß Meiji-Stacks, oder? Was machen die? Junge, immer wenn ich sterb, da passieren Kills Ich mein, ich hab jetzt 8 Assists, soll mir recht sein, aber The fuck Okay, 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 big, 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 big Let's go Alter Ist das ein Krampf gewesen, Mann Okay, okay, ich hab's verstanden Moneymaker Timo ist vielleicht nicht das Beste Deswegen Die restlichen Runden Mit nem normalen Timo Build Kein Bock mehr Ich hab's Gefühl, ich bin nutzlos Was ist das? 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 Ja, schon, andere Kardi Ja, schon, andere Kardi War ja da Komm schon Oh mein Gott Ich hab alles gemisst Okay, egal Oh, ich sterbe dadurch noch Komm mal Kali, Panther Schade Okay, ist aber rübergeslidet, Junge Ist das crazy Komm schon Komm alle, Junge Nein, oh mein Gott Okay Wo ist Vegas, die Frage Hunden Wir sollten das Hinterkommen, I guess Ja, sehr schön Alter, war das ein Krampfgame Oh shit Promoted, Gold 2 Was ist denn hier, Botlane Warum müssen wir wieder gegen ein Viertel spielen Oh, hell no Was für Wong Runes, Junge Wong Anziel Spellbook Okay, Digga Das ist crazy Das ist crazy Nein Komm schon Das kann doch nicht sein, Digga Nico schmeißt ihren Scheiß dagegen Okay Okay Also er läuft in Two Run Okay Pils Rek'Sai 10-2 Das ist ein guter Counter zur 9-1 Nico Achso Achso, die darf nicht One-Shotten Achso Achso Du wolltest Das ist Nico gewesen Hehehe Ich wurde nur durch Viertel CC 2,5 Sekunden Alter Was heißt das, Junge Nein Ich hab zwei Kills gemacht Alter Ha Kann nicht bestrecken Doch bestrecken Das ist ja kein spaßiges Game Okay Letzte Runde Wenn ich die verliere, kommt die nicht mehr ins Video Das ist so ein 15er Und Wir haben 5,015 Mal gucken Ah, der Surrendert Cool Dann mach ich noch eins Oh mein Gott Stimmt Ihre scheiß Splash Kacke Sehr schön Lila Komm Meine Q noch Lol Holy Shit Ich spiel jetzt absoluten Mage-Timo Ich starte rein mit Shadowflame Pff Mann Was war das denn? Hehe Lol Alter Vater Okay Wir haben Shadowflame Wub wub Nein, Swappen Na, Digga Mach ich für tot, oder? Digga Hehe Hehe Lol Toll Toll Einfach One-Shot durch, hab ich das auch schon 7-3 Ist doch geil Stitti Ähh Ich dachte schon, duschen bitte der weg von namen war es nen namen wabbel Not bad, nice Ich ging schnell GG